Eine Läuferin mit enormer Ausstrahlung ist auch Ashley Kane. Bis vor zwei Jahren war das US-Girl noch Paarläuferin. Mit knapp 1,70 Meter wuchs sie ihrem Partner aber über den Kopf und machte Solo weiter. Und die 18-Jährige kann sich durchaus sehen lassen. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, cause you won't listen. Listen. I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home. And I've tried and tried to say what's on my mind. You should have known. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you gave to me. But now I've got to find my own. I don't know where I belong. But I'll be moving on if you don't. If you won't listen to the song here in my heart. A melody I start. But I will complete. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you think you gave to me. Listen von Beyoncé, emotionsreich, interpretiert von Ashley Kane. Man spürt förmlich, die 18-jährige Amerikanerin lebt die Musik, ist überzeugt von dem, was sie macht und kann. Und dieses Selbstbewusstsein lässt Ashley strahlen. Kleine Lehrstunde jetzt. Wie erkennt man den Rittberger? Absprungbein gleich Aufsprung. ctic Insider. Untertitelung des ZDF, 2020